Der Schrottplatz, wo ich heute schon sicher 50 mal drauf war. Okay, ganz so oft habe ich nicht gespielt, aber sehr sehr oft. Ich glaube einmal auch mit dir, ne? Ich war hier heute auch schon öfters. Ich weiß nicht, was heute los ist. Entweder sind alle anderen Karten blockiert oder ich weiß es nicht. Irgendwo bei mir ist er. Das ist der Trapper. Also der Fallensteller. Die Frage ist, wo du bist. Da, wo er jetzt nicht mehr ist. Mach kein Ruin. Nein, ich bin so dämlich. Oh, ist nicht dein Ernst jetzt? Hat es geschafft, ne? Raus ja, aber der hat mich jetzt gleich. Ist der immer noch hinter dir jetzt? Oder? Ja. Hat mich jetzt. One-Hit. Ah, nee, ich war ja verletzt durch die Falle. Ja, wegen der Klappe. Wegen der Klappe. Wegen der Falle. Ich bin so scheißdämlich. Ich gehe in die Richtung, auf die, der kommt, will an den Generator gehen. Klar, es ist neben dem Generator eine Falle. Also guck bei den Generatoren auf jeden Fall wegen der Falle. Ist aber noch bei mir. Sag nicht, das ist jetzt ein Camper. Nee, nee, er läuft im Moment noch hier rum. Also er geht zur Mitte zu euch irgendwie. Er hat wahrscheinlich die Falle jetzt irgendwie nochmal da hingelegt oder so. Ich weiß es nicht. Also unter mir sehe ich jetzt keine. Oder hat hinter mir irgendwo eine hingelegt, falls man mal wegläuft. Alle machen hier ihren Job und ich komme noch nicht mehr zum ersten Generator. Er ist doch kacke. Mann, zwei Leute kommen. Einer von rechts, einer von links. Oh, nee, du Arsch. Mann, nee. Ich bin erstmal nur froh, wenn mich einer rumtraut. Wie fühlst du es? Ich bin die Punkte, ey. Ja, ich auch. Ich habe da Selbstlosigkeit drin. Wenn du hängst, kannst du die Punkte nicht kriegen. Wen hat er jetzt erwischt? Ich habe immer noch nicht die scheiß Bindung von der Claudette, ey. Das ist so kacke, wenn du niemanden siehst. Ihr seid aber jetzt... Ach, da hinten. Ihr seid jetzt aber nicht an den Generator gegangen, wo ich war, oder? So, ich... Nee, ich bin hier daneben. Daneben irgendwo hier noch ein... Ah, ist im Keller. Soll ich ihn eben holen? Kommt aber hoch. Ja, der guckt... Nee, er guckt die Schränke nach. Pass auf. Ja, aber das Problem ist, dadurch, dass wir ihn sehen, sieht er uns auch. Das ist gegenseitig. Das heißt, äh... Der guckt wirklich alle Schränke nach. Jetzt geht er hoch. Jetzt kommt er zu mir wahrscheinlich. Ah, geht zu mir. Dann sieht er mich nicht mehr. Fuck! Mann! Nee, jetzt kommt er zu mir. Hä? Ich sehe den immer noch. Ich sehe den nur dann nicht, wenn ich ihn so sehen kann. Wieso sehe ich den so lange? Ey, welcher Idiot hat diesen Perk drin? Deswegen habe ich den rausgetan. Ich will ja nicht, dass der mich sieht. Gehst du jetzt rein, hast du gesagt? Nee, ich bin nicht reingegangen. Weil hinten ist, glaube ich, einer reingeschlichen gerade. Ja, dann weiß ich es aber nicht. Ich sehe den anderen aber nicht. Nee, der geht, der läuft jetzt rein. Ich mache diese Kackdinger nicht mehr da unten rein. Ja, und er geht jetzt gerade dahin. Der schleicht sich gerade dahin. Ich sehe den immer noch. Ja, ja, das sag ich ja. Das ist asozial, dass das so lang ist. Er kommt aber jetzt zu mir. Der andere geht runter. Scheiße, der Generator schon an, wo ich hin wollte. Ja. Wieso kann ich mich nicht heilen? Ich kann mich nicht heilen. Was ist das? Stehst du irgendwo vor vielleicht? Dann kannst du dich, obwohl normalerweise heilst du dich immer, anstatt irgendwas anderes zu machen. Hä, was hat denn der jetzt schon wieder gemacht? Och, ist das ein Blödmann, dieser eine hier. Hat der sich kaputt gemacht, oder was? Nein, der hat den Generator kaputt gemacht. Der war fast fertig. Und jetzt, ich kann mich immer noch nicht heilen. Was ist das? Hallo? Kann mich nicht heilen. Mit Verletzung kann mich nicht heilen. Hab einen Körfer in der Hand. Also es gibt keine Maustaste. Dann ist das wieder diese Maustasten-Bug. Also dieser, dass die Aktion da nicht ausgefüllt wird. Das hatte ich doch auch eine ganze Weile. Das ist geil, das ist echt geil. Ich bin gleich im Generator. Hat dem neben, macht er auch nicht richtig. Er läuft hier irgendwo, ich glaube da hinten läuft er rum. Ja, er geht in die Hütte rein. Warum geht er in die Hütte rein? Wir entkommen wieder nicht. Und ich habe die Idee, dass ich mit dem nur entkommen muss. Egal wie. Nur ist gut. Ja, aber ich bin heute noch nicht einmal entkommen. Außer wo der eine Killer uns da mit uns gespielt hat. Da hat es den Falschen drin. Oder hat es da noch nicht die Idee? Ja, da hatte ich den noch nicht. Da hatte ich die Idee, den noch nicht. Ich habe die eine gelöscht. Die vom Killer. Aber die kriege ich eh nicht hin. Mit den Händen sollte ich mit der Hexe killen. Dafür musst du aber No-Hit kriegen erstmal. Dafür musst du die gelovellt haben. Ich habe den einen fertig. Das sehe ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Wie, aber ich weiß, wo die Luke ist. Die Luke ist direkt vor dem Ausgangstor. Nein! Wegen dem scheiß Generator hat er mich jetzt gesehen. Ey, das ist doch verarsche. Jetzt komme ich nicht zu dem Generator hin, nur weil so ein Idiot den Generator gemacht hat. Ja, gut, bist du nicht. Ja, immer vorm Keller. Gleich nicht mehr. Ne, jetzt liege ich im Keller. Ja, genau. Entschuldig. Ja, ich kann meine Punkte jetzt eh vergessen. Warum? Ja, ich konnte ja noch nichts machen. Irgendeiner holt den Killer mal zu mir, oder... Nein! Ach, leck mich. Ich lebe mich hier auf, echt. Ist das die gleiche Falle gewesen, wo du eben schon reingelaufen bist? Nee, die war mitten am Generator. Boah, warum ist der jetzt weg, der Typ? Pussy, ey. Gut, dass ich noch einen Raten sabotiert habe. Das hätte ich gar nichts gemacht. Generator konnte ich ja nicht machen, weil die Kackfalle da mitten im Weg gelegt hat. Na, ich habe keine 10.000 bekommen. Mit Opferung, mit allen drum und dran. Ich kann mich immer noch nicht rein, das ist so asiel. Ich weiß nicht, was das für ein... Das ist zu... Was ist... War die Kiste zu, wo du eben dran vorbeigelaufen bist? Ja. Was ist denn, wenn du mal was Neues holst? Also hier ist die Dings. Hier ist die Klappe. Ja, da war auch der Killer eben. Könnte man eben hier reingehen? Vielleicht... Er... Erblindung habe ich jetzt. Ich kann mich nicht heilen. Aber ich... Ich... Das ist abartig. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann das noch machen. Kannst du denn Generatoren machen? Also irgendwas anklicken? Ja, ja, das kann ich. Ja, ja. Ja, ja. Hat im Nebenging gerade auch. Also das E drücken, ne? Ich könnte ja jetzt Adi sein und hier warten, bis er den anderen kriegt. Na, dann wird er direkt zu dir kommen. Ja, ja, gut. Der muss ja erstmal wissen, dass hier die Klappe ist. Ja, das weiß aber bestimmt. Der ist ja ein paar Mal da oben gelaufen. Ja, aber dann kann ich ja hier warten und dahin sprinten zu der Klappe. Das ist zwar jetzt richtig assi, aber... Die anderen spielen auch so assi. Das Problem ist, ich komme gescheit an einen Generator, komme ich nicht dran. Hier sind alle gemacht, hier vorne. Hier ist auch der Ausgang. Also er wird doch als erstes hinlaufen. Er ist auch in der Nähe schon. Sieht auch deine Blutspuren. Es sei denn, du bleibst an einer Stelle, dann sieht er die natürlich... Nicht, was soll denn, die sind jetzt sehr frisch. Also eigentlich ist die Taktik ganz gut, wenn da ein Generatorplatz, der schon gemacht ist, weil da wird er nicht nachgucken. Es sei denn natürlich halt Barbecue. Ja, das Problem ist... Ich kann mich ums Verrecken nicht halten. Ja, der andere ist aber gerade am Generator angefühlt. Jetzt geht er wieder weg. Ah ja, Tatschlag, okay. Man stellt dich ja immer so. Jetzt macht er eine Falle direkt an den Generator. Vielleicht hast du Glück und er tappt da rein, aber ich glaube es nicht. Der guckt in jedem Schrank nach. Wie dumm ist der? Also wir Noobs sind und müssen Schränke verstecken. Ja, nun wieder macht man das schon, ne? Ja, gut, beim Barbecue sowieso. Jetzt hat er sich im Schrank versteckt, der Trottel. Oh, guckt nur mal in den Schrank rein, bitte. Komm, bitte, guckt nur mal in den Schrank rein. Jetzt macht er noch eine Falle an den Generator. Den ist aber ganz schön im Beschützen hier. Ja, das ist ja das Problem. Pass auf, er geht zurück. Ich denke in deine Richtung. Ich weiß nicht, ob du da bist. Na gut, jetzt kann er seinen Blutsporn folgen. Wenn er in die Richtung geht. Du stehst komplett falsch übrigens. Der Twight hat wieder Herzschlag. Der traut sich nicht an den Generator an, ey. Dann soll der Typ den doch endlich killen. Ach komm, ich mach jetzt irgendwas. Jetzt läuft er zu dir zum Ausgang. Wer, Dwight? Ja, also er rumpelt hier rum, äh, also er hockt hier rum so. Ich mein, das ist deiner, wo auch der Generator gemacht ist. Ja, wo die Falltür ist, ja. Will der jetzt bei der Falltür campen? Äh, wo ist der? Direkt bei der Falltür, hinter dir. Der soll mich eben heilen. Jetzt läuft der nach vorne, der Vollidiot. Der ist jetzt direkt auf der Klappe. Nee, jetzt kommen wir da. Ah, der macht jetzt extra Geräusche. Geh mal lieber da weg. Was ein Penner, ey. Ist das ein Wichser, ey. Nun, halt mich nicht, ne. Was ein Wichser. Aber ihn hat er jetzt auch gesehen. Lauf hinter ihn her, lauf hinter ihn her. Ich hoffe, er kriegt noch beide. Und geh direkt dahin, wo die Falltür ist am besten. Scheiße. Fuck, ey, dass der jetzt rauskommt, ey. Das kotzt mich schon wieder an, ey. Solche Arschlöcher gehören echt gebannt. Aber die machen da ja nichts gegen. Das ist das Problem. Ah, geht jetzt? Nee. Äh, wieso geht er zur Killerhütte, der Trottel? Bist du im Keller aufgehangen, oder? Mann, ey, wieso hab ich nicht gewartet, ey? Penner, ey. Scheiße, ich bin doch scheiße, ey. Echt, das kotzt mich an, ey. Ich warte jetzt hier. Also, er ist jetzt in der Killerhütte. Wenn er dich aber sieht, wird er dich holen, denke ich mal. Ja, der weiß doch, wo ich bin. Junge, du suchst an einer völlig anderen Ecke. Das ist ein Arschloch von Team-Mate. Der holt ihn nicht. Andererseits, wenn du hier bei der Klappe bist, hat der natürlich, wenn er dich aufhängt, einen kürzeren Weg. Das heißt, vielleicht kriegt er ihn dann noch. Der ist doch wieder in den Dings gegangen, ne? Ja, der geht die ganze Zeit in den Schrank rein. Warte mal, ich komme mal rein. Nämlich, ich werde ja sterben, vorher. Der war ja nur so lange, wo war's. Was für ein Arschloch, ehrlich. Aber der Name sagt mir auch was. Ich glaube, der hat sich schon mal so asozial verhalten. Nein, ne? Ist der echt so dämlich und tut den jetzt auch noch weg? Dich jetzt auch noch... Die wird zur Falltür, zur Falltür. Der kann dich doch direkt daneben aufhängen, verdammt. Warte mal, dann kriegt er den anderen wenigstens noch. Der andere ist... Ne, geh zur Falltür. Geh nicht wieder woanders hin. Du stirbst sowieso. Geht's ihm wieder weg. Ne, ich geh zu dem. Ich will, dass er den findet. Guck mal, er geht jetzt immer weiter weg, der Arsch. Der denkt, der wäre da Falltür. Ja, aber ich hätte da hinlaufen sollen zu dem. Scheiße. Ich hab gedacht, wenn du an der Falltür bist, hängt er dich an der Falltür auf und kämmt da. Ah, er ist jetzt hier in der Nähe von, äh... Na, kriegst du Muffensausen? Drecksarschloch. So ein schlechter Spieler wie der hab ich noch nicht gesehen. Und sowas hat sich so ein Prestige, weißt du? Er ist jetzt in den Schrank reingegangen, weil er dich jetzt aufhängt. Hä? Weißt du, er ist nicht liegen, oder was? Dann renn zu ihm, renn zu ihm. Aber wo war der? Er ist da geradeaus, geradeaus. Er ist irgendwo da im Schrank drin. Ich glaub, rechts von dir. Rechts, rechts, rechts. Das ist nicht rechts. Das ist der falsche Schrank. Du hörst nicht zu. Da irgendwo ist ein Schrank. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Du bist so oft hin und her gelaufen jetzt. Hier? Er ist geradeaus und rechts. Da könnte es sein. Äh, wo ist er? Ach, er ist jetzt weggelaufen, der Arsch. Der ist jetzt zur Falltür. Geh zurück zur Falltür. Zur Falltür. Falltür und deine linke Seite. Der ist direkt links, da wo die Palette ist, ist er jetzt. Ich seh den nicht. Geh einfach zur Falltür. Ich bin doch bei ihm drauf. Er ist jetzt im Ausgang. Nicht an der Falltür, sondern im Ausgang hinten. Also da, wo die Falltür ist. Also ich hoffe, das ist der Teil mit der Falltür hier. Hä, nee. Er ist am Ausgang. Ja, am anderen Ausgang. Weiß ich nicht. Er ist am Ausgang. Hm. Wo ist der andere Ausgang? Weiß ich. Da ist so ein weißes, großes Tuch davor. Der hat sich so scheiße hingestellt. Der Generator, der nicht gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, hier hinten muss er sein. Einer ist gemacht und einer ist nicht gemacht. Du bist jetzt links von ihm. Also du musst auch nach links laufen. Er geht jetzt hier Richtung Schrank. Direkt von dir links. Da ist ein roter Schrank. Dahinter steht er. Hier links, links, links. Äh, rechts. Entschuldigung. Rechts, rechts, rechts. Hier drin? Ach, ich seh jetzt nichts. Ich seh dich nicht mehr. Geh doch mal da drum, Mann. Wenn ich dir das sage, ja. Sorry, dass ich grad so schreie, aber das kotzt mich an, wenn so ein Typ jetzt auch noch da rausgekommen ist. Jetzt rennt er gerade aus. Um die Hütte rechts. Also rechts von der Hütte ist er jetzt. Wo der leuchtende Generator ist. Am Schrank, genau. Arschloch. Durch diese roten Dinger durch, wo der Generator nicht gemacht ist. Er rennt Richtung Hütte jetzt. Da, direkt vor dir rechts. Oh, nee. Ist jetzt an dem Generator, der gemacht worden ist. Wo denn? Links von dir gerade. Ja, ich weiß nicht. Er dreht sich ja ständig. Er geht jetzt wieder Richtung Ausgang, da die Ecke. Ja, er geht genau auf den Ausgang. Da, wo die Palette ist. Jetzt geht er zur anderen Seite, wo dieses Ding ist mit dem Fenster. Wo ist der Killer, Mann? Ich sehe dich gerade nicht. Also der Ausgang, der andere Ausgang hier. Wo die Palette ist, links an dem roten Ding ist er, wie gesagt. Palette links, keine Ahnung. Bleib doch einfach mal stehen, damit ich da was zeigen kann, Mann. Wo der Ausgang eben war. Du bist komplett mitten im Feld jetzt. Ja, der Ausgang ist hier hinten. Das ist ein Ausgang. Und der andere ist der mit der Klappe. Immer nach links. Hier durch? Der ist immer noch hinter dem roten. Ja, weiß ich nicht. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. An so einem roten Ding da am Außen ist er. Rechts von dir vielleicht? Das ist nicht rechts. Ja, er ist jetzt schon weg, wenn du da die ganze Zeit woanders hinläufst. Ja, ich habe dich gerade gesehen. Das Ding mit dem Fenster. Jetzt geht er wieder Richtung Ausgang. Ist gleich am Ausgang. Ist jetzt an diesem linken Eckding am Ausgang. Jetzt geht er genau vor den Ausgang. Ja, Arschloch. Hättest ihn mal geheilt, ne? Er ist rechts von dir, der Ding drin. Was macht der Trapper denn hier die ganze Zeit? Naja, kannst ruhig Lärm machen. Ihn hat der jetzt nicht mehr auf den Kicker, Junge. Ach, jetzt will er auf einmal... Pass auf, ein Generator ist eine Falle. Falls er dich da hinloggen will. Ja, da will dich da hinloggen. Der ist eine Falle, pass auf. Lauf einfach hinter mir. Wo ist der? Richtung Ausgang. Hier an diesem Haken, wo das Auto war. Also dieser Caravan, dahinter läuft er gerade. Richtung Ausgang jetzt. Richtung Generator, der gemacht ist. Oh, Mann! Ja, Ausgang. Ja, der Ausgang ist hier. Ne, der Ausgang ist hier. Wo die Falltür ist, der Ausgang. Da ist er. Ach, super. Ja, super. Das ist die ganz andere Seite. Ja, aber er hat Ausschlag. Er hat Ausschlag. Ja, ja, sehen Sie. Er hat ihn einmal erwischt. Komm, jetzt mach ihn fertig, Oma. Ganz ehrlich, so ein Arschloch gehört aufgehangen. Er ist hinter ihm her. Er wirft jetzt die Palette oben. Schade, konntest du hier nicht blocken? Ne. Da ist noch eine Palette. Läuft drüber rum. Ja, oder so. Ja. Ich meine, wenn du jetzt stirbst, stirbst du. Aber das ist... Er hat genickt. Ist das geil. Ist das geil. Pussy. Mach vor ihm mal den Generator. Aber pass auf die Fallen auf. Das passiert mit Losern, die andere reinziehen wollen. Merkt euch das. Wobei es jetzt krass war, dass er jetzt wirklich dann noch mit dir zusammengearbeitet hat am Ende. Lässt er dich jetzt auch noch raus? Ach so, zur Falltür. Ja, geh mal mit. Warte auf die Falltür, ne? Aber wenn ja, bedanke dich nochmal. Das ist für alle Pussis da draußen, die versuchen, andere reinzureiten. Leckt euch selbst. Ehrlich. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.